Natürliches Trocknen ist nicht nur besser für Ihre Wäsche und die Umwelt, es spart auch Geld. Die Wäschespinne Top Spinner ist witterungsbeständig, stabil und hat ein leicht zu bedienendes, anpassbares Schirmsystem mit immer straffen Leinen, die in drei Positionen spannbar sind. Die Trockenarme lassen sich auch im bestückten Zustand leicht drehen. Ein mühevolles Herumtragen Ihres Wäschekorbes ist daher nicht mehr nötig. Der Top Spinner verfügt über qualitativ hochwertige UV-beständige Wäscheleinen mit rutschfestem Profil. Die einzelnen Leinen lassen sich jederzeit einfach austauschen. Alle Trocknungsarme sind mit speziellen Ösen für Kleiderbügel ausgestattet. Ideal zum Trocknen empfindlicher Kleidung und mit ausreichend Platz für die gesamte Familienwäsche. Eine stabile Aufhängeschlaufe sorgt außerdem für eine kompakte Lagerung. In den meisten Fällen wird der Top Spinner entweder mit einem Metallbodenanker oder Betonhülse geliefert. So vermeiden Sie störende Hindernisse in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Beide sind auch separat erhältlich. Eine wetterbeständige Schutzhülle und anderes nützliches Zubehör sind ebenfalls separat erhältlich.